Diese Sache mit Winnetou, eine beliebte Figur aus unserer Kindheit, soll plötzlich rassistisch sein? Eine Niederländerin höhnte, haha, Winnetou, jetzt haben auch die Deutschen ihre Rassismusdebatte, wie wir mit dem Swartepied. Also müssen wir jetzt auf Winnetou verzichten oder lieber auf den Swartepied, den schwarzen Nikolaushelfer? Oder was ist mit Süßigkeiten, die katholische Bischöfe lächerlich machen? Der heilige Nikolaus ist dafür bekannt, dass er Kindern geholfen hat. In den Niederlanden heißt er Sinterklaas. Wie sieht das Fest dort aber genau aus, fragen wir Mnerwikipedia. Laut Tradition wohnt Sinterklaas in Spanien. Mitte November kommt der gutheilige Mann mit einem Dampfboot in den Niederlanden an. Feierlich zieht er in eine Stadt ein. Mit dabei sind die Geschenke für die Kinder und außerdem die Swartepieden. Ja, und um diese Helfer des Sinterklaas wird heftig gestritten. In Deutschland heißt der Helfer des Nikolaus ja Knecht Ruprecht. Ruprecht ist wohl Köhler, denn sein Gesicht ist mit Ruß verdreckt. Aber in den Niederlanden? Der Swartepied ist traditionell pechschwarz geschminkt. Seit den 60er Jahren ist er kein Kinderschreck mehr, sondern ein lustiger Tölpel, der Süßigkeiten verteilt. Und dieser traditionelle Swartepied ist nicht etwa schwarz durch Ruß, anders als der deutsche Ruprecht, sondern schwarz wie Ruß. So heißt es im Kinderlied, da wird an der Dörre kloppt. Obwohl ich schwarz wie Ruß bin, meine ich es doch gut. Für uns Außenstehende sind die Swartepieden schon sehr befremdlich. Ich als Deutscher habe in den 90er Jahren in den Niederlanden studiert und sagte offen meine Meinung. Weiße Leute schminken sich schwarz und laufen als Witzfiguren herum. Das geht doch nicht. Was habe ich als Antwort erhalten? Das ist überhaupt nicht rassistisch. Außerdem hältst du deutsches Schwein besser deine Fresse, denn du hast sechs Millionen Juden ermordet. Tja, Holocaust-Gedenken bei manchen Niederländern? Umgekehrt, wenn ich versucht habe, die niederländische Tradition nachzuvollziehen, dafür hatten meine deutschen Freunde kein Verständnis. Und auch nicht die Vereinten Nationen. Die haben offiziell bei der niederländischen Regierung nachgefragt, was das denn soll. Und gegen die Tradition protestieren auch Aktivisten wie die von Kick Out Svarte Piet. Das hat dann wiederum heftige Schmollen ausgelöst, auch bei weltoffenen Niederländern, von denen ich das so nicht erwartet hätte. Mit welchen Argumenten wird das Svarte Piet denn verteidigt? Es handelt sich um ein Kinderfest, Kinderfest, Gottverdammt, ein Kinderfest! Aber ist alles immer okay, nur weil man Kinder herbeischleppt? Mir fallen da die Nachrichten aus dem Dorf Stabhorst ein. Aktivisten wollten mit dem Auto dorthin und dem Dorf gegen den Svarte Piet demonstrieren. Aber Dorfbewohner und Svarte Pieten haben einen Ring um das Dorf gebildet. Die Demonstranten wurden abgefangen und angegriffen. Ja, wir haben die linken Meckerfritzen beschimpft, Feuerwerkskörper auf sie abgefeuert, die Autoreifen zerstochen. Das machen wir alles nur für euch Kinder, für die Tradition. Warum weinst du, Jérôme Anthony? Okay, in den USA gab es früher das Blackface-Theater. Da haben sich weiße Darsteller schwarz geschminkt und schwarze Menschen nachgeäfft, sie als brutal oder lächerlich gezeigt. Aber das Sinterklaas-Fest ist doch eine ganz eigene niederländische Tradition. Die hat überhaupt nichts mit dem Blackface in den USA zu tun. Das habe ich auch geglaubt, bis eine Historikerin erklärt hat, Blackface gab es sehr wohl auch in den Niederlanden. Im 19. Jahrhundert, in derselben Zeit, in der ein Jan Srenkmann den Zwarte Piet miterfunden hat und als es in den niederländischen Kolonien noch Sklaverei gab. Der Zwarte Piet ist doch nur schwarz durch Ruß. Der bringt die Geschenke durch den Schornstein ins Haus und darum ist er so schwarz. Gut, okay, aber da frage ich mal einen Spezialisten. Richtig, im Schornstein entstehen schwarze Haut, rote Lippen, Kraushaar und Ohrring. Das ist eine anerkannte Berufskrankheit. Ja, ja, klingt logisch. Der Zwarte Piet ist eine positive Figur. Den mögen wir alle. Der ist gut zu den Kindern. Das kann doch nicht schlechtes sein. Was habe ich selbst beim Sinterklaas-Fest gesehen? Ich kenne das vom Straßenfest auf dem Plattenlande, wie junge Menschen im Kostüm sich rührend um kleine Kinder gekümmert haben. Und manche dieser Pieten sahen auch anders aus als früher. Menner Wikipedia? In den letzten Jahren setzt sich der Rußstreifen-Piet durch. Dieser ist nicht mehr durchgehend schwarz geschminkt. Stattdessen deuten einzelne dunkle Flecken Ruß an. Aber ich habe das Sinterklaas-Fest auch ganz anders erlebt. Man stelle sich vor, eine Multifunktionshalle gefüllt mit Kindern und Eltern. Auf der Bühne eine Show mit Musik und teils derben Scherzen. Von Männern und Frauen pechschwarz geschminkt. Peinlicher Höhepunkt, die Hochzeit zwischen einem Svarte Piet und einer weiblichen Version davon. Also wenn man da noch einen Unterschied zum Blackface in Amerika sieht, dann ist man schon gut heilig, Mann. Für viele erwachsene Traditionshengste ist Sinterklaas einfach nur die Gelegenheit, um im Dezember heiteren Karneval zu feiern. Heiter. Und dann muss man wissen, Niederländer mit dunkler Haut berichten, dass sie als Kinder gehänselt worden sind. Als Svarte Piet ausgelacht wurden. Als das Sinterklaas wieder nach Spanien abgefahren ist, da hat er dich wohl vergessen. Nun gut, Kindheitserinnerungen, Hengst, Karneval, Verkleiden, eine positive Figur. Wie schaffe ich jetzt die Überleitung zu Winnetou? Ah, Herr Wikipedia? Naja, Winnetou ist ein fiktiver Indianer, den sich der Schriftsteller Karl May aus Deutschland ausgedacht hat. Aber Siko, wieso kommst du auf Winnetou? Okay, ein neuer Winnetou-Film war in die Kinos gekommen. Da hieß es plötzlich, dass die Indianer in rassistischen Stereotypen dargestellt werden. Die Reaktion? Nein, das ist nicht rassistisch. Die Indianer sind doch die Guten. Und die Darsteller sind nur so dunkel, weil sie durch den Schornstein gefallen sind. Und die reden immer von sich in der dritten Person aus Höflichkeit. Außerdem, das ist doch ein Kinderfilm. Ein Kinderfilm. Gott, Gott verdammt nochmal. Ein Kinderfilm. Da möchte ich mal nachhaken. Die Indianer reden ja ansonsten perfektes Hochdeutsch in genormter Standardlautung. Wieso können die überhaupt Deutsch? Siehst du, dafür bin ich da. Winnetou gehört zu einem bestimmten Stamm der Apatschen, der einen weisen Lehrmeister aus Deutschland hat. Kleki Petra. Ich glaube, da ist ein Bild vandalisiert. Ja, egal. Winnetous Stamm ist also zivilisiert, dank eines Deutschen. Außerdem hilft ihnen Old Shatterhand, der ebenfalls aus Deutschland kommt und Karl heißt. Ja, der Karl May konnte Dichtung und Wahrheit nicht so gut auseinanderhalten. Und so ist das auch bei Winnetou und Swartepiet. Das sind zwar Fantasiefiguren, aber eben doch auch Karikaturen der Wirklichkeit. Was die Betroffenen vielleicht nicht so toll finden. Und wenn Deutsche gern halbnackt herumlaufen, sich anpinseln, komisch sprechen? Da gibt es Alternativen. Aber verlieren wir nicht die schönen Traditionen? Keine Sorge, dies hier gibt es immer noch im Supermarkt und der Sinterklaas ist weiterhin ein alter, weiser Mann mit Schimmel zwischen den Beinen. Danke fürs Zuschauen. Vergesst Abo und Like nicht. Tot ziens.